2, 3, 4, 5. Na jetzt. Und BAM! Bingo! Und damit sind wir auf Level 19! Es nähert sich dem Ende. Nice! Um mit dem Echelon von Level 18 auf Level 19 zu kommen, müssen wir zwei Gegner kurz nach der Landung mit dem Fallschirm töten. Fünf Kopfschüsse innerhalb von 20 Sekunden erzielen und zweimal drei Gegner mit der Elektroschockpistole töten. Töten sich schnell drei Gegner auf einmal mit einer Elektroschockpistole. Ja was denn jetzt? Schnell oder auf einmal? Aufpassen! Auf jeden Fall bietet sich das Biwak am Harris Forst an, denn dort gibt es oft Vierer- und Fünferpatrouillen. Hier haben wir jetzt leider gerade nur eine Vierer. Aber da vorne kommt auch ein Auto. Da hinten ist eine Fünfer. Guck mal, machen wir das dort. Oder machen wir das gerade hier. Kopfschuss im Auto und dann die vier. Das war einer. Zwo, drei, vier, fünf. So. Das waren aber jetzt... Der hat das schon als erledigt markiert, als ich erst eine hatte. Ich habe die beiden im Auto erwischt. Achso. Okay. Oh, hi. Ich hatte schon lange keinen Konvoi mehr. Sehr schön. Sehr schön. So, und jetzt nutzen wir die Gegner da vorne. Diese Fünferpatrouille für einmal drei Gegner mit der Elektroschockpistole. Müssen die jetzt schon wieder so weit weg sein? Zack, das war einmal. So, einmal kurz nach Erebon. Heli geschnappt für die beiden Kills nach der Landung im Fallschirm. Vielleicht können wir das sogar kombinieren mit der dritten Aufgabe. Wenn wir anstatt mit einer Waffe mit der Elektroschockpistole schießen. Schau ich mal gerade. Die Stelle, wo die Patrouillen kommen, sind da unten ungefähr da so. Was ist da drüben? Schauen wir mal. Keine Patrouille da. Schade. Dieser scheiß Zug. Okay, das hat gereicht. Das war zwar eben aus der Hölle, aber es hat gereicht. Zumindest dafür. Okay, wir brauchen aber immer noch drei Gegner gleichzeitig mit der Elektroschockpistole. Das sind zwei. Das ist einer zu wenig. Sonst steht da auch nirgends mehr einer. Da hinten. Da sind drei. Gut. Dann dürft ihr jetzt leider dran glauben. So, gleich haben wir euch. Die sind zu weit auseinander, ne? Ich glaub, die sind zu weit auseinander. Ah, jetzt. Und bam. Bingo. Und damit sind wir auf Level 19. Das nähert sich dem Ende. Nice. Hahaha. Ah, ja. Geil.